Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, in der letzten Folge haben wir die ersten Konstrukteure gebaut und unsere Fabrik mal so ein bisschen automatisiert und haben dann noch zum Ende die Mission gemacht, damit wir jetzt hier die schönen Förderband fusioniertiere und Splitter erhalten. Mega, mega geil. Damit können wir natürlich jetzt schauen, dass wir Stück für Stück mehr produzieren. Für mich vor allem der Fusionator jetzt ganz praktisch für oben, weil ich würde gerne noch eine zweite Anlage umhinsetzen, um uns die Förderbänder zu verwenden. Das werden wir jetzt auch direkt machen, dass wir da oben ein bisschen arbeiten. Machen wir ein bisschen Platz. Außerdem haben wir natürlich mittlerweile die verschiedensten Ressourcen zur Verfügung. So. Ähm, Kuh, äh, Production Schmelzofen. So. Drei. Äh, und dann dich hier ranhauen. Und dann muss ich einmal ganz kurz mit F diese schöne Parade untergraben. Hier auf Kuh gehen. Logistik für der Band Fusionator. Dankeschön. Und dich hier von... Ah. Mir fehlen jetzt Stangen. Metallstangen. So. Noch ein bisschen was. Ich schicke mir das unten nochmal kurz in die Anlage rein. die wir hier haben. Wir können hier nicht noch ein bisschen arbeiten. Ach, guck mal, er kommt wieder, wieder. Servus. Na, bist du auch wieder da? Das müsste man in Körbel Space Pokémon bauen, du. Oh, mir fehlen Eisenplatten. Warum bist du rot? Achso, weil ich dich noch nicht zugewiesen habe, ne? Wieder ein drittes Frachtes. Ah, schau. Heute kann ich Eisen klauen, dann kann ich nicht mehr schnell Platten holen, oder so. Zick, jump. Wuii. Wuii. Du machst uns wieder sterben, genau. Und du machst uns noch ein paar Plättchen. Genau. Kriegst du den Rest hier und dann sind wir wieder gut versorgt. Alles, was automatisiert ist, ist eine gute Sache. Und das wäre auf jeden Fall der Plan für die Zukunft. So, dich hier auch. Jetzt haben wir schon mal immerhin zwei, die da reinlaufen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ganz tödisch müsste ich die fusionieren und dann wieder teilen, aber dafür bräuchte ich einen Zweier. Die Sache, die wäre, dass man zwei, drei Fusionierer nutzt, um hier hinten reinzukommen. Oder ich nutze hier noch einen Fusionierer und baue dann da noch was hin. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber jetzt streiten sie sich darum, wer das Metall rauskriegt. Auch nicht schlecht. Wir brauchen wahrscheinlich echt irgendwann zwei. Also haben wir jetzt eine stetige Metallversorgung, die hier entsteht. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Und vielleicht sollten wir wirklich schauen, dass wir das dann mit vertikal probieren. Dass wir da wirklich vielleicht schon stockwerkmäßig arbeiten anfangen. Dafür müsste ich aber die passende Basisforschungsteil hier. Fundament. Aber brauche ich da nicht, wenn der auch noch Standardwand, vier Meter, das würde niemals reichen, oder? Habe ich hier schon die nächste? Nee. Aber hier kann ich rein theoretisch schon eine Kettensäge. Ja, dafür brauche ich 500 Schrauben. Puh, okay. Okay, das ist halt schon echt ein bisschen weiter. Außer am Shop alleine. Aber das hier wäre schon ein Beispiel. Das wäre schön. Also MK2 wird uns die Lagerkapazität ein bisschen erhöhen. Ich würde aber gerne echt das hier machen. Dafür muss ich jetzt aber erstmal uns hinten das automatisieren. Also wir haben ja schon die ersten Sachen hier automatisiert. Die zwei Kollegen sind ja fleißig dabei. Und ich wette gleich, wenn die hier durch sind mit dem Teil auch mal hochsetzen fürs Erste, damit die da oben arbeiten können. Aber wie viele Kabel habe ich noch dabei? Warte mal. Tab. Nur noch ein Kabel. Uh, das ist ganz ungut. Wir werden hier noch mal ein bisschen Draht geben. Denn wir müssen hier oben oder beziehungsweise den Beton auch komplett automatisieren. Das sind alles so Kleinigkeiten am Ende. Die doch auch Zeit ziehen. Aber wenn ich die Bäume schon mal wegkriegen kann, das wäre gleich auch gar nicht schlecht. Deswegen automatisieren und ein bisschen warten, glaube ich, ist dann zwischendurch gar nicht so schlecht. Einmal einen Miner für das Erste bitte. Und dann platzieren wir ähm einen aber dafür brauche ich wieder versteckte Platten. Gott dammit, ich habe vergessen, dass ich dafür versteckte Platten brauche. Ah ja, 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 ja. Ich hoffe auch, dass es mit den neuen Einstellungen für die Videos die Woche sich die ganze Quali ein bisschen verbessert. Also ich hoffe es auf jeden Fall. wäre schön. Aber ich glaube, das werden wir dann sehen. So, ähm ich brauche Eisendinger. Dafür brauche ich Eisenstangen und Eisen. Hä, was wir brauchen? Ach, Schrauben brauche ich noch. Da ist der der Hund begraben. Ich brauche die Kollegen hier noch. Schau, wir bauen gleich zwei. Zwei Konstrukteure hinten hin. Ich glaube, das sollte ganz gut helfen. Das war sozusagen einmal splitten, einmal wieder fusionieren und dann hat sich das. Dann legen wir das Kabel rüber und dann ist everything good to go. Mal kurz ein bisschen Fläche frei. Alles, was wir jetzt vergraben, ist ungenutzte Energie. Von daher alles freischaufeln. Gut, dann gehen wir auf cool Logistik einen Splitter. Gut, dann drei anschließen. Dann bauen wir links und rechts einen ... Also, diese Konstrukteure sind allein schon so groß. klein, das war schon richtig. Und dann einmal dich hier dran. Dich hier dran. Und dann bauen wir ein schnelles kleines Lager. Hätte ich genug Platten. Leute, ich brauche Platten, bitte ganz dringend. Stangen nehme ich auch gleich mit. Ich glaube, ich nehme die Stangen mit. Aber du hast die Platten schon durch produziert, hast du nichts mehr. Schade. Können wir dich gleich umsetzen. Setzen wir die Kollegen nicht da oben hin mit einem Splitter rein. Ja, ich habe mich platziert, genau. Genau. Ah, genau. Lager war es. Dann brauchen wir wieder ein Logistik Fusionator. Nein, du bist hier dran. Du bist hier dran. Okay, genau. Das ist alles hier schon mal angeschlossen. Jetzt müssen wir dich nur noch auf Beton festlegen. Damit ihr beide mit Beton arbeitet. Und dann sollte gleich hier der, jawohl, der erste Beton rauskommen. Super. Beton automatisiert. Nice. Natürlich kommt hier solche Massen raus, glaube ich, dass das dauern kann. aber es ist alles automatisiert und das wollen wir ja. Und hier kommen schon die ersten Betone raus. Die Frage ist eher, füllt sich da bei den Lager an oder nicht? Ich glaube, dass das jetzt genau von der von der Kapazität gerade echt gut ausreicht. Jetzt wird Stück für Stück uns Beton hergestellt. Super. Wir brauchen ja 200. Das ist halt schon übel. So, kann ich euch beide abreißen? Du hast alle Eisen schon gemacht. Perfekt. Dann kann ich euch beide hier wegnehmen und euch mal oben hin platzieren. Wie gesagt, ist jetzt alles sehr rudimentär, bis ich meine gerade Oberfläche habe, weil ist das ungut, hier so schräg zu bauen. Ganz ehrlich, ich mag das nicht. Was habe ich denn hier? Nochmal Eisen? Das dritte Eisen, holy shit. Ich hole mir noch schnell ein bisschen Biomasse. Okay, wir brauchen als erstes wieder einen Splitter. Splitter, Splitter, Splitter. und dann bauen wir schnell die zwei Kollegen Produktion. Ich mag das gerade nicht, wie das wir bauen was so und so. Okay, und dann bauen wir noch zwei Lager. Einfach damit wir die Masse auch nutzen können. Jetzt sind die Platten wieder ausgegangen. Okay, dann bauen wir euch erstmal an. Ah, schön. Kann ich wenigstens den platzieren? Den kann ich platzieren. Dann läufst du so. Du bist Platten. Du bist Stangen. Und beide kriegen schon mal ein hunderter Lager voll. Und dann kriege ich hier gleich ein paar Platten raus. Hallo, habe ich nicht gerade zu? Danke schön. Geht doch. Was? Eins seiner Stromnetze ist doch abgeschaltet. Oh, oh. Warum das? Ich habe nur ein Stromnetz. Oh, oh. Habe ich zu große Demands? Oh. Ja, eventuell. Ähm. Standby schalten. Kann ich gerade einen Kollegen hier bauen? Ah, ich muss schon eine Platten. Ah, ich habe kein Eisen dabei. Shit. Zu großer Wille hinter zu wenig Energie. Ja, ja, das passiert zwischendurch mal. Ein bisschen Eisen mit. Keine Sorge, gleich läuft wieder alles. Wir brauchen nur einen Kollegen, der noch Energie produziert. Ihr habt aber beide Energie, oder? Ja, ihr habt beide noch gefühlt. Ich brauche noch ein paar Platten. Platten, 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 Platten. Tja, passiert auch mal zwischendurch, ne? Ich wollte eh die Energie eigentlich vergrößern. War früher oder später Zeit einfach. Wenn man es so sieht. So, haben wir gleich ein paar Plättchen. Okay, dann machen wir das jetzt hier hinten. Jetzt machen wir kurz mal die ganze Fläche hier. Einmal kurz ein bisschen frei machen. Gut, dann ist ein bisschen frei nämlich. Und dann gehen wir jetzt hier auf Kuh, Mensch, Biomassegenerator. Gut, dann jetzt habe ich keine Kabel mehr. Ich glaube, ich spinne. Ei, 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 zum Glück kann ich noch genug Ressourcen auf Lager. Draht kann ich immer ein bisschen herstellen. Wenn er sich darüber schon beschwert hat, dass ich keine Drähte mehr habe. Und zwei werden gar nicht so schlecht, glaube ich. Von den Kollegen. So, okay. Biomasse. Da ist noch ein bisschen Biomasse im Weg. Vorsicht. Kuh, Biomassegenerator. Volle Biomasse. Und volle Biomasse. Sollten wir hoffentlich, wir tun alles noch mal gleich auffüllen. Kapazität 100 Megawatt. So wollen wir das. Klar, die sind noch nicht automatisiert und alles, aber die kriegen eh dann ihren eigenen Generator Raum. Oh, die fressen aber schnell doch alles durch. Uh, 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 uh. Ja, die kriegen später noch ein Lager voll. Das sollte dann kein Problem sein. Aber allein wenn die 250 produzieren können, wie viel produziert einer von denen? Das hätte wahrscheinlich die bessere Variante. 30 Megawatt einer von denen. Oder die zwei können alleine meine Anlage halten. Dann bauen wir nicht dahinter nachher ein Lager und dann sollte sich das Ganze hoffentlich ergeben. Ähm, ich brauche ein paar Platten, habe ich oben festgestellt. Klappt. Das machen wir schnell. Aber es läuft gut durch, finde ich. Es läuft ganz gut. Wenn ich mir vorstelle, in Captain of Windows Tweets sind wir jetzt bei ein bisschen über 100 Megawatt und hier sind wir bei jetzt schon 100 Megawatt. Wir reden nachher von Gigawatt. Die Kollegen da oben arbeiten auch schon. Das ist super. Mir geht es ja auch nur darum, dass wir endlich genug haben, um die Produktion laufen zu lassen. So, guck mal, du gehst hier dran. Shit. Ich will mich docken, doch. Let me through. So, okay. Dann gehen wir hier kurz aufs Lager. Äh, Lager. So, und so. Lasst's laufen. Perfekt. Ich meine, wir können die jetzt produzieren. Wir schauen mal an, was hier unten zum Beispiel schon gelaufen ist. Und mit der Masse sollten wir dann ganz gut dabei sein eigentlich. Hier haben wir zum Beispiel schon 100 von 200. Ich seh das nicht als schlecht an. Weil wir haben schon 120. Wir haben fast schon, uh, wenn wir jetzt noch ein bisschen Platten selber produzieren, glaube ich, können wir sogar die Mission schon abschließen. Ist gar nicht schlecht. Klar ist, wir sind jetzt einfach gerade technisch noch nicht so gut dabei. Aber ich will dann halt mal Plattform machen, dann werden wir die Energieproduktion erst mal schön auf eine Fläche stellen und alles halt so Stück für Stück aufbauen und alles herrichten. Und ich glaube, wenn wir das dann Stück für Stück gescheit machen, also weil es auch zeitintensiv natürlich am Ende ist, können wir eine relativ coole Anlage bauen. Aber wir müssen halt Geduld beweisen. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit dabei, die Geduld zu haben, zu warten, dass man was fertigstellt. Die habe ich selber aber auch zwischendurch nicht, die Geduld. Damit schaut das halt alles so ein bisschen wirrwarmmäßig aus, wenn man dann nur noch am Ende die Bohrer draußen stehen haben und der Rest läuft direkt in die Production rein. Sehe ich hier großes Potenzial. Ja, schau mal, das ist easy. Absolut kein Problem. Wenn ich bis zur nächsten Folge einfach das ein bisschen laufen lasse, auch, haben wir genug Auflage, um die nächste Stufe zu machen. Schauen wir jetzt schon 150, holy moly. Also ein bisschen was ist schon zwischendurch extra raus. Bisschen was, aber es wird schon. Ich bin mir vor allem gespannt, wenn wir eine Karte kriegen, wenn ich jetzt M drücke. Aber dann wird helfen, wir sind in der Suche geöffnet. Wir haben ja noch keine Karte, wir kriegen ja noch eine Karte von der Welt. Oder wir können so ein bisschen uns orientieren anfangen. Also wir kriegen hier so alle zwei Sekunden ein, oder wie lange braucht denn der? Steht es hier irgendwie? Vier Sekunden braucht er, boah, war gut geschätzt, zwei Sekunden pro Beton aktuell. Dann werden wir zwei laufen. Bedeutet, wir sind bei zwei Sekunden, kriegen wir eins raus. ganz gemütlich. Wie läuft es eigentlich mit unserem Freund hier drüben? Holy, Stimme viel Kupfer. Bei ihm könnte ich dann eigentlich auch mal hier drüben anschließen für das Erste. Dass der uns auch das Automatisierter macht. Und wir tun ihm mal schnell ein bisschen was rein. Wie gesagt, wir sind hier eigentlich ganz gut dabei. machen wir wenig Sorgen um unsere Produktionskapazität, ehrlich gesagt. Da mache ich mir wenig Sorgen drum jetzt. Es wird dauern, es ist noch viel Geduld. Kommen wir aus dem Standby, kann es jetzt auch raus. Aber wir haben halt jetzt schon doch einige stehen dafür, für die Energieproduktion, die wir eigentlich haben. Jetzt haben wir hier schon 37, wir brauchen nur noch 8. dann kümmern wir uns doch währenddessen mal ganz schnell um unsere Energyproduktion. Weil die wird natürlich jetzt ein bisschen schneller leer gehen, als davor. Aber es geht auch trotzdem ganz gut, finde ich. Könnte schlimmer gehen. Und wir haben noch genug eigentlich auf Lager. Jetzt habe ich Space gedrückt anstatt E. Jump. Ja, schau her. Und schon können wir die Mission abschließen. Grandios. Grandios, würde ich Sorgen. Basisaufbau. Und Launch. Tschüss. Milestone reached. Several new structures are now available for improving factory organization. Foundations provide a building grid, which makes it easier to manage placement of any structure. A building grid, okay. You are experiencing amnesia for all events prior to planetfall. Be reassured that memories of beloved humans and or animals would have only been distractions from your important mission. What? 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 So. Wieder ein bisschen freimachen hier alles. Weil hier würde ich jetzt dann gerne eigentlich unsere Energieproduktion aufbauen. Auf der Seite fürs Erste, so im untersten Geschoss. Weil irgendwann kommen wir jetzt zwar zu Kohle und allem noch, aber fürs Erste sind wir, also ich glaube Kohle oder Atom weiß ich, dass es gibt und dass das ziemlich lustig werden kann. Aber fürs Erste glaube ich, hoffentlich kommt Kohle noch. Gut, okay. Wenn ich jetzt hier auf Kuh gehe. Special. Ah, hier ist der Weltraumlift. Okay. Und das ist eine Werkbank. Ah, da kann ich dann irgendwo wahrscheinlich bauen. Wände und Fundamente. Dafür brauche ich mehr Beton. Ah, jetzt wird unser Beton doch ganz schön wichtig. was ist das da oben? Seht ihr das? Das schauen wir uns lernen. Da gehen wir mal schnell rauf. Ja, ich glaube das Lager leert sich gerade eher, als dass es sich füllt. Oh, wohl. Ne, es füllt sich sogar eher. Du musst dazu sagen, klar, es wird jetzt ewig dauern, bis ich die ganzen Lager füllen. Aber die Sache ist auch, wenn wir hier das alles Stück für Stück füllen, haben wir genug Ressourcen und wir jeden Shit. So, wie komme ich darauf? Wieder ein drittes Fangachters. Perfekt. Au. Au. What the fuck? What the hell? Klappe, wo auch immer du bist. Ich höre es hier klimpern und da, wo es klimpern ist... ...bin ich auch übertreten. Ist das das, was ich da vorne gesehen habe? Und wie ist es? Blaue Elektroschnecke. Rupf, okay, läuft. Das ist eine... Kann ich denn hoch? Oh Gott, 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 komm schon. Vorsichtig. Oh Gott, das wird ja dünner. Das Gras macht es jetzt gerade nicht besser, Jungs. Wenn ich jetzt runterfalle, sterbe ich sicher. Vorsichtig. Warum mache ich die Scheiße eigentlich gerade? Hauptsache hier ist eine Schnecke. Absolut kein Problem, ich muss jetzt hier nur noch runter. Ich habe dich gesehen und da sind... Wait, sind da nochmal zwei Kupfer? Da sind nochmal zwei Kupfer? Holy shit, wait, ich habe das da hinten. Da hinten genommen, aber hier ist nochmal Doppelkupfer... Oh, das ist Doppel-Eisen. Äh, wie war das? V? Da war es nicht geregelt, aber ich... Hier hinten. Ist das dann Eisen jetzt? Oh, Leute, guck mal, was da hinten los ist. Okay, what the hell? Oder wir sehen jetzt auch ganz... Zwei andere Ressourcen. Okay, wir müssen jetzt nur ganz vorsichtig wieder zurück. Vielleicht kriegt es ein bisschen schneller hin. Zeit ist Ressourcen, Leute. Zeit ist Ressourcen. Was machst du denn du schon wieder in meinem Camp? Freundchen. Ich pikse dir nochmal in deinen Fuß, ich sag's dir. Piks! Lauf! Habt ihr gesagt, raus aus der Fabrik. You're not welcome here. Kusch dich! Interessiert ihn nicht. Das interessiert ihn einfach nicht. Okay. Aschein, wenn wir noch ein bisschen mehr bekommen. Super. Hey, der Witzker! Kollege ist auch wieder da. Das ist natürlich super. Ich könnte jetzt natürlich Nachforschung machen, weil da krieg ich dieses... Krieg ich nicht. Da krieg ich aber mein eigenes kleines Lager. Kostet halt 300 Schrauben, 300 Kupfer. Wo 300 Kupfer gar nicht so schlimm ist. Das lassen wir mal als nächstes. Ich würde trotzdem erstmal hier hinten erstens gucken, ob ich euch wieder nachschütten kann. Weil das kann ich so oder so und ich brauche gerade wieder ein bisschen Platz in meinem Inventar, bitte. Wenn ich das nachher natürlich auch automatisieren kann, ist das natürlich eine sehr schöne Sache. Also. Ähm. Kuh, wir nehmen hier das... So. So. Jetzt habe ich keine Platten mehr, aber... Jetzt mag ich einmal mir angucken, wie das ist. Weil angeblich kann ich ja hier snappen. Oh ja, das snappt. Ja, richtig gut. Bedeutet, wenn ich jetzt hier auf Kuh gehe und sage, ich mache zum Beispiel meine Storm Production hier drauf. Oh, dann snappt es. Oh ja, das ist richtig schön. Trotzdem, ich würde jetzt gerade erstmal Schrauben machen gerne. Ich habe jetzt dafür noch keine Automatisierung oder sowas, aber... Kommt dann auch mit der Zeit. Und Schrauben kann ich ja relativ schnell, glaube ich, machen. Da kriege ich ja relativ flott viel raus. Das ist jetzt kein Problem in dem Fall. Kupferdrehte, klar. Ich kann nicht sogar noch in Auftrag geben. Das ist jetzt auch nicht die Problematik. Schaut, da gehen wir schnell zu unserem Kollegen hier, der das eigentlich für uns erledigt. Schaut, der 200 schon wieder auf Lager. Wir haben schon allein schon die Drähte schon erledigt. Easy fix. Wenn wir hier alles langsam ein bisschen planieren, Wände machen und alles, tue ich dir kein Problem da drin, dass wir hier richtig gut abgehen können in Zukunft. So, ähm, Platten. 200 hat er schon für mich. Schau dir das an. Und hier haben wir 180 drin. Super. Supreme, Supreme. Dann erledigen wir das Problem auch noch schnell. Und dann sind wir durch eigentlich. Das ist mega cool schon wieder. Ist da hinten auch noch irgendein Lager? Ähm, hier hin. Machen wir schnell die 300 Schrauben und dann schicken wir das auch noch los. Warum auch nicht? Weil dann haben wir jetzt unser persönliches Lager. Da kann ich dann solche Sachen wie halt die Reste und so reinschmeißen. Alles, was ich nicht brauche. Und dann können wir uns nächste Folge wirklich drauf konzentrieren, die automatische Produktion für Biomasse zu machen. Und die erste Energie-Production. Dann holen wir uns die Motorsäge, hauen ein paar Bäume um und dann sollten wir fürs Erste hoffentlich abgedeckt sein, auch mit der Energie. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. So, schau mal. Komm, schauen wir das noch. Yes. Schauen. Easy. Bye, bye. Hallo, Flieger. Das ist mein Träger. Was ist das für ein Node? Frachter kehrt zurück in zwei Minuten. Okay. Ist das auch Sandstein? Kalkstein. Oh, da sind zwei. Oh, nope. Da sind zwei gleichzeitig. Nope. Da hat gerade keine Lust drauf. Dann muss das da hinten ein Eisenerz sein, ganz ehrlich. Holy shit, okay. Gut. Aber dann würde ich sagen, haben wir in der Folge auch wieder viel geschafft. Wir machen jetzt auch schnell unseren Personal. Kleinen Freund. Hier, wo ist denn der? Das ist der Ma'am. Den müssen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall bauen, weil der ist ja zum Researchen da. Das ist genau das, was ich wahrscheinlich die ganze Zeit suche schon. Ähm, Organisation. Hier. Persönliche Aufbewahrungsbox. Ach nee, ich habe ja hier eine. Guck an. Solche Sachen, die ich nicht gerade brauche, kann ich mir hier reinschmeißen. Perfekt. Dann würde ich immer sagen, war es das auch für diese Folge. Wir haben wieder einiges geschafft. Die Production läuft ganz schön eigentlich. Wir haben endlich eine neue eigene Energiewartung jetzt auch dabei. Und, upala. Nope. Und, nein. Ei. Hallo. Und, ja. Es wird langsam, finde ich. Karte haben wir jetzt. Oh, stimmt. Wir haben die Karte jetzt auch schon bekommen. Schick. Schau an. Die Karte haben wir auch schon. Und ein paar Sachen hier sind irgendwie markiert. Ähm. Ich hoffe, es hat es gefallen. Wenn ihr alles um den Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr nicht habt. Und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.